hier dann geht es einmal nach von der sicht nach rechts also wenn man von hier oben nach da guckt rechts und nach links schön da rein schön tief rein jetzt ganz schnell wieder aus und wieder ganz schön okay dann eins da genau das gleiche denn da kommt also ja hier hinter kommt ja dann diese auffangstation wo ja dann alles eingetrieben später und deshalb kommt dann noch ein weg hin hier mache ich nämlich meinen schlafplatz in jetzt geht es dann nach links eine kleine abbiegung noch eins da geht es jetzt dann nach da schön ja alles weg also mein also das wird dann hat wie gesagt mein schlafplatz das mache ich jetzt nicht all zu groß ich mache da so ein kleines regalchen wo ich dann meine kleinen sachen hin tun kann und da tue ich dann auch erst mal die sachen von oben hin ach das ist nicht gut kommt hier weg moment kann man ja auch gerade dann richtig machen dann mache ich die hier und dort dein dein oder das sieht doch schön aus oder dann geht das dann geht das aber nicht ja gut das reicht ja auch von hier erst dann hier weiter weg machen haben wir schön wieder viel kabel sohn das schieben wir gleich wieder in den ofen aber ab hier hinten brauche ich dann auch schon das holz wofür wir ja weg müssen das mache ich mal wie lang so dann kommt dahinter die nächste kerze und dann noch eins also zwei da hinten scheint wohl ein key zu sein werden wir jetzt aber nicht reingehen mir ist aufgefallen ich habe die musik ausgemacht wo ich gerade eben weg da ist auch wieder ja ich wusste irgendwas fehlt irgendwas fehlt nur wusste ich nicht was jetzt bin ich einen ticken schlau und dann werde ich später auch mal mein mein das ich muss gerade nachdenken nach zwei auch dahinter also dann muss ich gleich auch also war später macht mir dann diamanten spitzhacke dann holen wir uns damit obsidian obsidian und damit dann den zaubertisch damit wird damit dann diese spitzhacke verzaubern können und das da hoffentlich dann zauber drauf kommt es ist dunkel angst im dunkeln aber hier ist niemand das war mir noch eine angst hallo freundi zeigt euch hallo ich bin da wollt ihr was kaufen da ist was okay jetzt kommen okay klappe zu dann geht es jetzt weiter los ich habe angst im dunkel da rennt da kommt kommt ich will noch und geht so ep wollte ich noch haben oder xp was ist da eigentlich der unterschied ep erfahrungspunkt xp experience erheiß erfahrung heißt es beides gleich grieber komm hier hier kannst du krass weg machen danke jetzt noch ein blog dann geht es weiter ich hoffe mal dass da unten nichts gespawnt ist recht dunkler und spitzhack dann kann ich auch grad mal mein bett schon mal holen und das seien unten hinten hinten dann würde ich mache ich mir grad noch hier tun ja blödmann scheiße 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 hat der blöd man mich erschreckt kommt man spricht man einmal dass sie nicht da waren kommen wir auf einmal in scharen so hinterländige fischer moment dann nehme ich mir ein bisschen da habe ich auch noch denn es nicht oder ich habe sie übersehen ist mir wursst ist mir wursst dann tue ich mal hier worte produzieren ich kann es wenigstens falsch okay erst mal die tun scheiße jetzt habe ich heute drei vier 5 da offen perfekt ja tun dann gut es muss noch größer hier werden ich brauche acht drohen jetzt machen wir erst mal unsere unser unser eisen man kann kein deutsch äh ja holen wir Eisen nicht so viel das reicht wohl können wir grad mitnehmen paar sachen und dann werde ich hier unten mal ein bisschen schon sortieren aber ich muss mir äh wenn ich dann aufhöre aufzunehmen also später werde ich dann mir wieder hier in inventory tricks drauf machen alles echt unverzichtbar das kann ich auch echt nur jeden empfehlen ach die augen wer will augen kann so schön weg hier ach oh mein gott man mir war grad irgendwas am nacken hoch gekrabbelt zumindest dachte ich das dabei war es mein kabel vom mikrofon weil das so lang und dann mache ich das hinten um meinen nacken und ja dann wickelt sich das manchmal so auf hat sich das angefühlt als würde sich was bewegen mysteriös 1 2 1 2 so wird das reichen jawohl aber die sind falsch platziert 1 weiter vor 1 1 1 1 1 1